Der Tod hat dem Leben dieser in der ganzen Welt bekannten Frau ein Ende gesetzt. Geblieben aber war das Unerklärliche, das Problematische, in der Meinung der verschiedenen Betrachter Widersprüchliche. Bitte nicht anfassen. Museum mal anders. Ein Podcast von Escucha. Hallo und herzlich willkommen euch allen zu dieser dritten Folge des September-Specials von Bitte nicht anfassen in Kooperation mit dem Zwölfer. Hi Ralf. Hi Lukas. Für all die Leute, die nicht wissen, was Bitte nicht anfassen ist, das ist der Podcast über kleine, skurrile, ungewöhnliche Museen, bei dem das Konzept so ist, dass wir abwechselnd Museen besuchen. Das heißt, in der vergangenen Folge habe ich Museen besucht, die Lukas nicht kannte und habe sie ihm und auch euch vorgestellt. Und in dieser Episode, Lukas, da bist du wieder dran. Genau. Und was ist jetzt hier so special an dieser Zwölfer Edition? Das liegt einfach daran, dass uns das Zwölfer eingeladen hat, in die Oberpfalz zu kommen, in die nördliche Oberpfalz, genauer gesagt in den Landkreis Thirschenreuth. Und da befinden sich eben ganz viele kleine und liebenswerte Museen. Davon haben wir jetzt immer jeweils zwei für euch zusammengefasst. Und in der vergangenen Folge, Ralf, hast du mir ganz viel über die Tradition des Glasmachen und des Glasblasens vorgestellt und was der Unterschied zwischen dem Ganzen ist. Genau. Und ich habe sogar noch was über das Glasschmelzofenbauhandwerk erzählt. Richtig. Sehr schön. Ja, genau. Das heißt, dass ich jetzt dran bin für diese Folge. Ja, ich bin schon gespannt. Weißt du, dass 2024 ein Jahr voller bedeutender Jahrestage ist, wenn man sich die jüngere deutsche Geschichte anguckt? Vielleicht hast du das mitbekommen. Es gab ja vor 80 Jahren die Landung der Alliierten in der Normandie. Und ebenfalls vor 80 Jahren, genauer gesagt am 20. Juli 1944, da scheiterte das Attentat von Graf Stauffenberg und seinen Mitverschwörern auf Hitler. Ich nehme mal an von diesem Attentat und Graf Stauffenberg hast du schon gehört. Ja, habe ich. Jetzt fragst du dich natürlich, was hat das Ganze mit unserem Podcast hier zu tun? Und ich kann dir schon mal sagen, auf eine ziemlich einzigartige und fast schon ja irgendwie absurd zufällige Art und Weise eine ganze Menge. Weil Stauffenberg, der kommt ja nicht aus der Oberpfalz, so gut ich weiß. Und das Attentat hat ja auch nicht oder dieser Versuch hat auch nicht in der Oberpfalz stattgefunden. Genau. Aber es muss ja irgendeinen Oberpfalzbezug hier haben. Genau, den hat es auch. Denn es geht nämlich in dieser Folge um Mut, es geht um internationale Beziehungen, es geht um ein katholisches Massenphänomen, das bis heute weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Es geht um einen burgenliebenden Botschafter und das hast du vielleicht schon ein bisschen aus meinem Intro rausgehört. Es geht um den Widerstand gegen den Nationalsozialismus mit teils tragischem Ende für die Beteiligten. Dazu war ich in zwei Museen. Ich war einmal im Museum auf der Burg Falkenberg und ich war im Therese-Neumann-Museum in Connersreuth. Beide dieser Museen sind wieder in der nördlichen Oberpfalz und unsere heutige Geschichte, die sich eben um den Widerstand gegen den Nationalsozialismus dreht, beginnt mit einer Kontroverse. Und diese Kontroverse hat auf den ersten Blick erstmal so gar nichts Politisches an sich. Es ist aber für unsere Geschichte noch ziemlich wichtig. Hast du von dem Ort Connersreuth schon mal gehört? Ja, wegen der Riesel von Connersreuth. Ja, genau. Du hast schon den Namen genannt. Sehr gut. Bürgerlicher Name ist Therese Neumann. Und wie krass dieser Hype und diese Anziehungskraft dieser Therese Neumann nach Connersreuth war, zeigt die Tatsache, dass zu ihrer Beerdigung im Jahr 1962 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein sieben Minuten langer Beitrag ausgestrahlt wurde. Und wir hören uns jetzt mal ganz kurz einen Ausschnitt aus dieser Wochenschau an, vom September 1962, denn ich glaube, dass der schon mal eine ganz gute Einführung gibt, was das Faszinierende an dieser Therese Neumann ist. Und dann gehen wir den Schritt zurück und gucken uns an, was hat das jetzt eigentlich mit dem Widerstand zu tun. Okay. Ja, in dem Ton hat man ja schon, viel gehört über Kontroversen, Widersprüche, Wissenschaftler kommen drin vor, die Kirche kommt auch drin vor. Da geht es doch, soweit ich mich erinnern kann, um, ja, wie drücke ich das aus, um vermeintliche Wunder, die in Zusammenhang stehen mit der Riesel von Connersreuth, oder? Ja, genau, so kann man das zusammenfassen. Also Riesel von Connersreuth war eine katholische Frau, die in ihrem Leben angeblich mehrere Wunderheilungen erfahren hat, die angeblich jeden Karfreitag Blutungen an den Stellen bekommen hat, an denen Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Das nennt man sogenannte Stigmata. Ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast, aber daher kommt das. Und angeblich hat sie lange Zeit bis zum Tod nichts getrunken und nichts gegessen, außer eine Hostie, also die heilige Kommunion. Sie ist 1898 geboren, wechselt das mal ganz normal auf, hat dann aber mehrere Anfälle, möglicherweise epileptische Anfälle und gilt 1919, ab 1919 als völlig blind und bereits schon vorher als gelähmt, also sie liegt blind und bettlägerig im Bett. Und ein paar Jahre später zur Seligsprechung der Therese von Lisieux, also das ist eine jetzt eben heilige, damals war eben das Seligsprechungsverfahren, also diese Vorstufe der Heiligsprechung, dann kann sie auf einmal wieder sehen. Und am Tag der Heiligsprechung dieser Therese von Lisieux, also ein paar Jahre später, 1925, da kann sie wieder laufen, auf einmal. Und keiner kann sich das erklären, keiner weiß, woher das kommt. Man spricht von eben einer sogenannten Wunderheilung. Der örtliche Dorfpfarrer erzählt es weiter und begründet damit ein weltweites Phänomen. Denn in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird die Resel von Connorsreuth, wie sie dann genannt wird, diese Ortschaft, aber auch die ganze Umgebung sehr stark verändern. Das soll dir nochmal Elisabeth Vogel erklären. Elisabeth Vogel, sie ist Historikerin und sie hat das Therese-Neumann-Museum in Connorsreuth mitgestaltet. Das ist ein Museum, was relativ modern ist, das gibt es erst seit ein paar Jahren. Und das dreht sich um diese Geschichte der Resel von Connorsreuth, der Therese Neumann, aber eben auch aus ganz verschiedenen Perspektiven. Die kamen dann wirklich in Massen. Und die Connorsreuther, die waren da ganz pragmatisch am Anfang. Ja gut, dann haben sie angefangen, ihre Misthafen ein wenig ordentlicher hinzurichten, die Straßenlöcher ein bisschen zuzuschütten. Und es gab natürlich Wissenschaftler, Einzelbesucher, die dieses Phänomen kritisch untersucht haben und das auch enttarnen wollten. Also die haben einfach gesagt, das ist eine Betrügerin. Das, was da behauptet wird, das kann nicht stimmen. Mhm. Also es wurde wie zu so einem Pilgerort, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Dass Gläubige aus ganz Deutschland oder vielleicht auch aus anderen Ländern aus der ganzen Welt in diese kleine Ortschaft namens Connorsreuth gekommen sind. Was haben sich die Leute denn da erhofft? Ja, wahrscheinlich einfach ein Wunder teils. Also Elisabeth Vogel hat das für mich so ausgedrückt, dass diese 1920er Jahre eine Zeit der Instabilität, es ist trotzdem noch kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Dieser Krieg ist noch irgendwie präsent, auch im Alltag. Und gleichzeitig ist diese Unsicherheit da, hohe Arbeitslosigkeit. Diese goldenen Zwanziger neigen sich dann ja auch schon dem Ende entgegen. Und da passt einfach diese Geschichte der Rätel von Connorsreuth, dieser Bauernmarkt, dieser ganz einfachen Frau, die passt da einfach perfekt in den Zeitgeist. Mhm. Ja, und sie ist immer wieder medizinisch untersucht worden, vor allem nachdem sie 1926 angeblich ganz mit dem Essen aufgehört hat. Und das ist nochmal ganz wichtig, und das soll dir Elisabeth Vogel nochmal kurz erklären. Das war dann 1927 durch Malersdorfer Schwestern, die praktisch jede Sekunde bei ihr waren, in ihrem Zimmer waren. Die ist gewogen worden, alles ist gemessen worden, sämtliche Ausscheidungen und so weiter. Und das waren 14 Tage, in denen sie tatsächlich weder was getrunken noch gegessen hat, außer die heilige Kommunion. Damit also bewiesen, oder wie? Ja, also es ist bis heute nicht ganz geklärt, das muss man auch wirklich sagen. Und es gibt auch gut begründete Zweifel an dieser Essenslosigkeit. Das ist aber nicht der Gegenstand dieser Folge. Da komme ich später nochmal kurz dazu. Aber du fragst jetzt natürlich zu Recht, aber was hat das denn eigentlich mit Widerstand zu tun? Richtig, was hat das Ganze mit dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu tun? Und ich musste deswegen ein bisschen länger ausholen, weil die Rätsel von Connorsreuth in ihrem Leben einfach sehr viele Menschen beeinflusst hat, unterstützt hat und sogar motiviert hat, die sehr früh aktiv gegen Hitler wurden. Und sie animiert diese Menschen zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus auf eine ganz eigene Art, würde man sagen. Und zwar kommen ganz viele aus dem Umfeld der Universität Eichstätt nach Connorsreuth, um dieses Phänomen auch zu untersuchen, um dieses Phänomen ja besser zu verstehen oder eben auch zu entlarven. Da sind ganz viele verschiedene Professoren dabei. Und im Laufe dieser Geschichte entwickelt die Rätsel von Connorsreuth viele persönliche Freundschaften zu Menschen aus dem Eichstätter Umfeld, die nach Connorsreuth kommen. Und umgekehrt wird Eichstätt auch für die Rätsel von Connorsreuth ein ganz besonderer Ort. Und das soll dir nochmal Elisabeth Vogel erklären. Eichstätt, das ist jetzt eine freundschaftliche Beziehung. Das wird ihr Zufluchtsort. Und Eichstätt ist ein Symbol für den Eichstätter Freundeskreis. Und dort treffen sich Menschen, die aktiv gegen den Nationalsozialismus praktisch eingetreten sind. Okay. Eichstätter Freundeskreis, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich vorher noch nicht von gehört. Ich auch nicht. Und es ist auch tatsächlich eine Widerstandsgruppe, die nicht so bekannt ist, wie ich finde. Also was es da für Gründe gibt, keine Ahnung. Da müsste man wahrscheinlich nochmal tiefer eintauchen. Jedenfalls, da sind halt Äbtissinnen dabei, Professoren, Priester, alles mögliche. Und die treffen sich in dem Haus von dem Professor Franz Xaver Wutz. Das ist ein Professor, der sich dann mit der Rätsel von Connorsreuth anfreundet. Und du musst dir das ungefähr so vorstellen. Diese Leute, die diesem Eichstätter Freundeskreis angehören, die kommen nach Connorsreuth und besuchen die Rätsel und wollen sich von ihr spirituell begleiten lassen. Und eine Person, die sehr mutig, sehr früh gegen den Nationalsozialismus auftritt, ist Pater Ingbert Naab. Der ist Priester, Mönch und Publizist. Und der hat am 20. März 1932, also kurz nachdem die NSDAP zum ersten Mal die meisten Stimmen bei den Reichstagswahlen in Deutschland erhalten hatte, einen extrem mutigen Brief verfasst. Und der wusste, glaube ich, ganz genau, was er zu befürchten hat, wenn er diesen Brief veröffentlicht. Ich habe hier mal einen Ausschnitt dabei. Und auch diesen Ausschnitt, den kann man sich an einer der Medienstationen im Therese-Neumann-Museum anhören. Sehr geehrter Herr Hitler, wo Sie hinkommen, werden Sie umschmeichelt. Und der Rausch der Begeisterung, der Sie in Ihren Versammlungen umwogt, lässt Sie kaum mehr auf die Idee kommen, ob Ihre Arbeit vor Gott bestehen kann. Denn Sie sind des Glaubens, Deutschland steht auf meiner Seite. Ihre Presse verherrlicht Sie in einer widerlichen Weise. Sie gelten als der große Erlöser aus der Not. Herr Hitler, wer hat Sie denn gewählt? Sie und Ihre Presse sagen, das kommende Deutschland, die Besten der Nation. Es gibt unter Ihren Reihen auch eine gute Zahl Idealisten, die ernstlich von Ihnen alles Gute hoffen. Diese Idealisten kennen den wahren Nationalsozialismus nicht, wissen nicht um das, was sie planen und nicht um das, was sie persönlich oder durch Unterhändler verhandelt haben. Wer hat Sie gewählt? Die Masse der Suggerierten. Sie wollten die Massensuggestion. Sie sprachen davon, dass man den Massen einen fremden Willen aufzwingt, dass man sie fanatisch und hysterisch machen muss. Sie betreiben dieses Geschäft jetzt seit mehr als zehn Jahren. Er hat da schon einen wichtigen Punkt angesprochen, finde ich, dass Hitler die Hoffnungen genährt hat und daraus seine Stimmen gezogen hat. Aber alles Versprechungen, bei denen manche Leute vielleicht gar nicht wussten, wohin das führen wird. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde halt, dass dieser Brief, also dieser ganze Artikel ist natürlich noch wesentlich länger. Der ist ja dann in dieser Zeitung abgedruckt worden. Und zu dem Herausgeber dieser Zeitung kommen wir später noch. Er ist halt sehr weitsichtig. Also 1932 durchschaut er den Nationalsozialismus komplett. Also wer gewählt hat, wie er auf widerliche Weise von seiner eigenen Presse da gehypt wird. Und der hat diesen Brief, also der wurde als Leserbrief dann irgendwo veröffentlicht und jetzt nicht an Hitler oder so geschickt. Nee, der wurde in der Zeitung veröffentlicht, in der Zeitung Der Gerade Weg. Da kommen wir eben später noch dazu. Ganz kurz noch zu Ingbert Naab. Der ist eben, wie gesagt, sehr oft in Connorsreuth. Und die Resel wird für ihn so eine Freundin und spirituelle Begleitung. Und nach der Machtergreifung muss Pater Naab auch fliehen. Weil ganz klar, publizistisch so sich aus dem Fenster zu lehnen, hat natürlich dann auch Konsequenzen. Und tatsächlich wird er mit der Unterstützung der Familie von Therese Neumann erst nach Esslingen ins Kloster gefahren und dann kommt er in die Schweiz und dann kommt er in die Tschechoslowakei, also in die damalige Tschechoslowakei und ist dann aber 1935, also nur drei Jahre später, in Straßburg gestorben, in einem Kloster. Aber nach Krankheit und nicht, weil er von den Nazis entdeckt wurde. Und es gibt so eine Anekdote im Museum, das kann man natürlich jetzt nicht so nachvollziehen, aber angeblich soll die Therese Neumann immer eine Eingebung bekommen haben, wann die Gestapo kurz vor der Haustür stand. Aber das hat ihm im Endeffekt nichts gebracht, oder? Naja, doch, weil er ist ja nie von der Gestapo verhaftet worden. Er ist ja in Straßburg eines natürlichen Todes gestorben. Naja, aber weil die Resel dann da angerufen hat, oder was? Angeblich war halt die Resel immer genau die, die eine Eingebung bekommen hat, genau in dem Moment, als die Gestapo kurz vor der Haustür stand. Die hat ihn quasi immer warnen können. Naja, verstehe. Was in diesem Bezug einfach sehr wichtig ist, das ist nochmal ein anderer Widerständler, der sich ganz offen gegen Hitler aussprach und der auch von der Resel extrem beeinflusst wurde. Ich würde sogar sagen, ja, ich würde sogar sagen, lebensverändernd beeinflusst wurde. Das war Fritz Gerlich. Hast du den Namen Fritz Gerlich schon mal gehört? Ja, habe ich schon mal gehört tatsächlich, aber kann ich jetzt gerade nicht zuordnen. Weiß ich nicht, in welchem Zusammenhang ich das gehört habe. Also möglicherweise in einem journalistischen Zusammenhang, denn Fritz Gerlich war von 1920 bis 1928 Chefredakteur der Münchner Neuesten Nachrichten. Die Süddeutsche Zeitung sagt heute von sich, dass sie die Nachfolgezeitung ist. Jedenfalls war Fritz Gerlich Calvinist ursprünglich, also ein reformierter Christ. Und der wollte das Phänomen Resel von Connorsreuth journalistisch untersuchen. Und er ist einer von denjenigen, der diesen, ja, Betrug aufdecken wollte. Er ist dann nach Connorsreuth gefahren, hat die Resel kennengelernt. Und ich fasse das jetzt alles sehr, sehr zusammen. War von ihr, heute würde man sagen, so geflasht, dass er zwei Bände über sie geschrieben hat und dann sogar 1931 zum Katholizismus konvertiert ist. Na, okay. Aus diesem Glauben und aus diesem Unterstützung hat er dann die Zeitschrift Der gerade Weg herausgebracht. Das ist eine NS-kritische Zeitschrift. Und in dieser Zeitschrift, in dieser Zeitung, wurde eben der Brief von Pater Ingbert Naab dann abgedruckt. Was sehr interessant ist, bis zur Verhaftung von Fritz Gerlich, weil Fritz Gerlich ist verhaftet worden, hat er diese Zeitung mit seinem Klarnamen herausgegeben. Also wissend, in welcher Gefahr sich damit begibt. Da stand wirklich Herausgeber Fritz Gerlich. Ja, und Connorsreuth wird auf einmal irgendwie zu so einem spirituellen Kraftort für Leute, die aus katholischer Überzeugung in den Widerstand gehen. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass das auch die Aufmerksamkeit der Gestapo auf sich zieht und die Aufmerksamkeit des Regimes nach Connorsreuth. Ja, sollte also gefährlich werden. Kurz nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten hat man eben begonnen, die Freunde von der Therese Neumann auch in Connorsreuth zu überwachen. Und dann haben die Nationalsozialisten den Begriff Connorsreuther Kreis geprägt. Das waren also praktisch die Menschen, die nach Connorsreuth kamen, um sich mit der Resel zu treffen. Also wurde die Resel dann auch zur Widerstandskämpferin oder wie? Nee, das ist eben, also wer wird das am Ende dieses Teils, weil das ist nur der erste Teil der Geschichte, dazu werde ich noch was sagen. Mir war es einfach wichtig zu verstehen, dass dieser Eichstatter Freundeskreis nicht deckungsgleich mit dem Connorsreuther Kreis ist, dass aber die Resel so ein bisschen ein verbindendes Element war, weil die quasi alle Leute, die aus christlicher Überzeugung in den Widerstand gegangen sind, irgendwie sehr angezogen hat. Ja, und eben dieser Fritz Gerlich, also derjenige, der Journalist, der dann der gerade Weg herausgebracht hat, der wurde dann 34 verhaftet, der wurde mehrfach misshandelt und schließlich im Konzentrationslager Dachau als einer der ersten politischen Gefangenen ermordet. Und bis zum Schluss hat er nicht vom Widerstand abgelassen, wohl wissend, was das für ihn, ja, für Konsequenzen hat, und er hat selbst mehrfach betont, dass er ohne die spirituelle Unterstützung der Resel und ohne diese Glaubensüberzeugung, die er dann dadurch bekommen hat, niemals die Ausdauer gehabt hätte, das bis zum Ende durchzuziehen. Mhm. Ja, und man kann jetzt natürlich von diesen Wunderheilungen und den ganzen Wundern und dieser Dorfkatholizismus und keine Ahnung, davon kann man jetzt halten, was man möchte. Man kann das jetzt sagen, boah, ich glaube das oder nicht. Es werden bis heute Artikel, Veröffentlichungen rausgebracht, auch die sich diesem Phänomen Resel von Connorsreuth sehr kritisch widmen. Obwohl die schon viele Jahrzehnte gestorben ist. Ja, aber das zieht bis heute. Ich meine, deswegen gibt es ja auch jetzt ein neues Museum da. Naja, weil es eine historische Persönlichkeit dieses Ortes ist. Genau, und die halt auch darüber hinaus strahlt, weil du musst dir überlegen, wirklich bei ihrem Tod, da waren 7.000 oder 8.000 Leute sind zu ihrer Beerdigung gekommen, in den 60ern. Ja. Weißt du, das ist nach Connorsreuth ohne Bahnhof, ohne keine Ahnung was, das ist schon ziemlich krass. Und was auf jeden Fall Fakt ist, das kann man sagen, also Resel selbst hat sich nie gegen den Nationalsozialismus geäußert. Man kann aber aus Aussagen ihrer Familie und aus Aussagen in Briefen schon herausziehen, dass sie diese Ideologie abgelehnt hat. Und sie hat auch selbst Widerständler immer ermutigt und immer versucht, die halt auch, ja, spirituell zu begleiten. Und Fakt ist auch, und das finde ich sehr interessant, Adolf Hitler hat höchst selbst angeordnet, dass man die Resel von Connorsreuth in Ruhe lässt und nicht verhaftet. Weil er befürchtet hat, dass würde man sie verhaften und würde man sie vielleicht auch, ja, keine Ahnung, möglicherweise sogar ermorden, dass man sie dann zu einer Märtyrerin machen würde. Das kann nur, nur Nachteile für ihn haben. Dass dann vielleicht noch mehr Widerstand hervorgerufen hätte, ne? Ein Aufschrei unter den Gläubigen, unter den Anhängern. Also Hitler muss selbst auf jeden Fall sehr viel Respekt vor diesem Einfluss und vor dieser Reichweite gehabt haben. Und die Geschichte von Fritz Gerlich und die Geschichte von Pater Ingbert Nahab zeigen einfach sehr deutlich, wie das dann funktioniert hat. Und das ist in diesem Museum halt auch ein Teilaspekt. Es geht natürlich in den meisten Fällen um die Resel, um ihre Wunderheilungen, keine Ahnung was. Aber es geht eben auch um diese Geschichte im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Und das war jetzt der erste Teil meiner Geschichte. Ich habe ja noch einen sowjetischen Botschafter erwähnt, beziehungsweise einen deutschen Botschafter in der Sowjetunion, einen Adeligen. War das der Burgenliebhaber? Genau, der Burgenliebhaber. Dazu müssen wir jetzt von Connors Reut mit dem Auto 20 Minuten wegfahren und zwar in die Ortschaft Falkenberg. Falkenberg, den Namen habt ihr auch schon mal in der ersten Folge dieses Specials gehört, denn in Falkenberg befindet sich noch ein Kommunbrauhaus für die Zeugelherstellung. Das nur als Funfact nebenbei. Denn für was Falkenberg bekannt ist, ist die Burg Falkenberg. Die Burg Falkenberg ist eine Burg aus dem Mittelalter, die echt sehr, sehr schön auf so einem großen Felsen steht. Also das sieht so richtig nach Märchenburg mystisch aus. Die Burg ist wohl im 11. Jahrhundert begonnen worden. Also da ist der Bau begonnen worden. Im 12. Jahrhundert ist sie dann erstmals urkundlich erwähnt. Und sie hat dem Geschlecht, der von Falkenberg gehört, ist irgendwie naheliegend. Das hat man dem Kloster Waldsassen gehört. Das hatten wir in der vergangenen Folge schon mit dem Glas. Und schließlich ist es im Dreißigjährigen Krieg von den Schweden zu einer Ruine geschossen worden. Also das mache ich jetzt wirklich sehr, sehr zusammenfassend. Denn dann ist sie irgendwann mal renoviert worden. Und das hat mit einem Grafen zu tun, mit Friedrich Werner Graf von der Schulenburg. Hast du den Namen schon mal gehört? Nö. Okay. Friedrich Werner Graf von der Schulenburg hat einen romantischen Altersruhersitz gesucht, wo er seine Memoiren schreiben kann. Und er hat 1929 diese Ruine zum ersten Mal gesehen, wollte die sofort kaufen, wollte sagen, ja, das ist meine Burg, da möchte ich meinen Lebensabend verbringen. Das hat dann sehr lange gedauert. 1936 hat er die Burg dann schließlich gekauft und hat den Wiederaufbau koordiniert. Das heißt, heute ist die Burg keine Ruine mehr. Heute ist die Burg komplett begehbar. Es ist auch eben Museum drin. Seine Memoiren wird er in dieser Burg nie verfassen. Und er wird auch nie längere Zeit auf dieser Burg leben. Denn Graf Friedrich Werner von der Schulenburg wird 1944 von den Nationalsozialisten hingerichtet und hat auch vorher eigentlich kaum Zeit und kaum Gelegenheit, nach Falkenberg zu kommen. Und das ist jetzt der zweite Teil der Geschichte. Ja, wo war der denn vorher? Gute Frage. Also Friedrich Werner, Graf von der Schulenburg, wird 1875 in Kemmberg geboren. Das ist in Sachsen-Anhalt. Er kommt, wie der Name schon sagt, aus adeliger Familie und er ist vor allem Offizier und Diplomat. Also vor dem Ersten Weltkrieg arbeitet er schon als Gesandter und ist dann im Kurzhauptmann im Krieg, bevor er dann wieder diplomatisch zum Beispiel als Verbindungsmann beim Osmanischen Heer im Ersten Weltkrieg unterwegs ist. Und auch nach dem Ersten Weltkrieg und dem Beginn der Weimarer Republik, da bleibt er den internationalen Beziehungen treu, er arbeitet dann in Teheran, im Iran, in Tbilisi, also damals Deutsch Tiflis, in Georgien und ist natürlich auch immer wieder in Deutschland zurück. Da fällt eben sein Auge auf die Burg Falkenberg. Und genau da, wo Graf von der Schulenburg zum ersten Mal die Burg betreten hat, da stand ich mit Herbert Bauer. Herbert Bauer ist der ehemalige Bürgermeister von Falkenberg und der Markt Falkenberg ist nämlich der heutige Besitzer dieser Burg. Er hat mir ein bisschen was zu der Geschichte dieser Burg erklärt. Kommt auch von dieser Seite, da wo das Torhaus steht und sieht praktisch diese Ruine das erste Mal. Es war dann für ihn auch ein sportliches Unterfangen, denn er hat erst 1936 im Juni den Notarvertrag in Tirschenreich bekommen und gleichzeitig musste er 300.000 Reichsmark löhnen, um diese Ruine zu kaufen. Tatsächlich habe ich das Glockenläuten ein bisschen rausgebracht. Es war ja mindestens vier Uhr. Ich habe es extra drin gelassen, weil ich mir gedacht habe, es zeigt so ein bisschen das Ambiente vor Ort. Also du hast diese Burg auf den Felsen, das war ein schöner Sommertag, außenrum ist die Kirche, Falkenberg ist so richtig idyllisch, um diese Burg herum irgendwie angeordnet als Ortschaft und wir sind da auf diesem Hof, dieses Torhaus hat ja Herbert Bauer schon erwähnt und dann schauen wir nach links und dann siehst du einfach diese Burg da aufragen und das ist wirklich schön. Das ist jetzt keine immens große Burg, aber es ist halt eine sehr schöne Burg. 300.000 Reichsmark hat die Ruine gekostet, hat er gesagt. War das sehr viel Geld oder sehr wenig? Ich kann es gar nicht einschätzen. Ja, es ist natürlich immer schwer, das jetzt inflationsbereinigt oder irgendwie sowas zu beschreiben. Ich glaube schon, dass es sehr viel Geld war, vor allem dafür, dass es ja wirklich eine Ruine war. Der muss ja nochmal viel mehr investieren. Da gibt es auch noch eine kleine Kontroverse, aber dazu später mehr. Ich habe mal gelesen, dass seine Adelsfamilie keine wirkliche Burg mehr hatte und deswegen er halt gerne eine Burg gehabt hätte und deswegen hat er das investiert. Keine Ahnung. Ja, nachvollziehbar. Ja, als er diese Burg kauft, also 1936, als das dann letztendlich geklappt hat, da ist er mittlerweile Botschafter in der Sowjetunion. Die Nazis haben ja 1933 die Macht ergriffen und von der Schulenburg ist 1934 der Partei beigetreten, der NSDAP. Jetzt weiß ich nicht, ob das, ich vermute, dass das damals als Berufsdiplomat halt irgendwie zwangsläufig notwendig war, dass er der NSDAP beitritt. Ich glaube jedenfalls nicht, dass er überzeugter Nationalsozialist war. Ich glaube halt auch, dass er damals trotzdem auch relativ karriereorientiert war und dass er halt deswegen gesagt hat, ja, okay, dann trete ich halt der Partei bei, wenn ich dafür in den Botschafterposten bleiben kann und wenn ich dafür sogar diesen wichtigen Botschafterposten in der Sowjetunion bekomme. Klingt ein bisschen so, weil er ja vorher auch schon sehr oft die Länder und Stellungen wechselt. Genau, er gilt auf jeden Fall als Russlandliebhaber. Er mag dieses Land, er schätzt die Leute sehr, er schätzt die Kultur sehr und er setzt sich zeitlebens dafür ein, dass diese beiden totalitären Diktaturen, also du musst jetzt überlegen, er ist jetzt Botschafter in Moskau, in der es die totalitäre kommunistische Diktatur unter Stalin gibt. Und er setzt sich halt irgendwie zeitnäherend dafür ein, dass diese beiden Diktaturen nicht anfangen, sich zu bekriegen. Vor allem halt auch nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen. Er gilt zum Beispiel auch als einer derjenigen, der damals den Nicht-Angriffspakt zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion formuliert hat. Also dieser Nicht-Angriffspakt, der quasi besagt hat, man greift sich eben nicht gegenseitig an. Von Ribbentrop war ja damals der deutsche Außenminister, der ja dann auch die Verhandlungen mitgeführt hat. Und es gibt ja diese Geheimvereinbarung zwischen Stalin und Hitler, dass die sich gegenseitig Polen-Territorial aufteilen wollten unter sich. Davon wusste von Schulenburg angeblich nichts und das hat ihn wohl maßlos geärgert, weil er quasi als Botschafter angelogen wurde. Was glaube ich, könnte ich mir vorstellen, in Schulenburgs Leben, glaube ich, einer dieser Momente war, wo für ihn wahrscheinlich alles zusammengebrochen ist. Das ist im Jahr 1941, denn da muss er dem damaligen Regierungschef Vlatschislaw Molotow eine ziemlich bittere Botschaft überbringen. Und dazu nochmal Herbert Bauer. Er liest dem Molotow die sechs Seiten sogenannte Kriegserklärung von Hitler vor und Molotow sagt zu ihm, Herr Graf, das bedeutet der Krieg, sie müssen Moskau sofort verlassen und sie dürfen nichts mitnehmen. Könnte ja dann bedeuten, dass er nach Falkenberg kommt, oder nicht? Könnte es bedeuten, genau. Aber, also vielleicht nochmal ganz kurz dazu, er liest halt wirklich die Kriegserklärung gegen die Sowjetunion vor. Und die Deutschen haben ja damals sehr, ja, quasi ein Dokument voller Lügen und Anschuldigungen verfasst, was als Grundlage dieser Kriegserklärung gilt. Die ganzen Jahre vorher hat er gehofft, dass er das verhindern kann. Er war von vornherein überzeugt, also Schulenburg war von vornherein überzeugt, dass Deutschland diesen Krieg gegen die Sowjetunion niemals gewinnen könnte. Und natürlich war auch er nicht naiv. Er hat auch bereits 1941 und auch vorher schon gedacht, dass Deutschland irgendwie alles dafür tut, in der Rhetorik, in der Vorbereitung, um in den Osten einzumarschieren. Also es gibt ja auch diesen Begriff vom Lebensraum Ost, dass man Osteuropa und alles, was dahinter ist, halt germanisieren wollte. Und er hat sich noch 1941 dafür eingesetzt, eine Audienz bei Hitler persönlich zu bekommen. Wenn ich mich da richtig erinnere, der musste da zehn Tage warten. Und Hitler hat noch 1941 gesagt, dass er eigentlich gar nicht vorhabe, die Russland anzugreifen, wie er es gesagt hat. Naja, halt eine dreiste Lüge. Er hat sogar im Vorfeld versucht, die Sowjetunion zu warnen. Aber nochmal, ich habe mich jetzt da nicht stundenlang in die Archive reinsetzen können. Das sind so meine Recherchen. Und da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich habe mehrfach gelesen, dass er versucht hat, die Sowjetunion zu warnen im Vorfeld, aber dass die nicht ernst nehmen. Dass die quasi sagen, das kann nicht sein. Und nach Kriegsbeginn wird er, nachdem er das vorgelesen hat, da wird er eben festgesetzt. Er schafft es aber über verschlungene Pfade, also noch halt offiziell, weil es ist klar, dass sie natürlich jetzt nicht dann in der Kriegserklärung das ganze Botschaftspersonal festnehmen. Jedenfalls wird er dann über verschiedene Länder und Wochen, kommt er nach Deutschland zurück. Man könnte jetzt meinen, dass er nach Falkenberg geht. Es ist auch so, dass er da immer wieder ist. Aber er wird ein diplomatisches Amt wiederbekommen in Berlin. Aber er wird politisch aufs Abstellgleis geführt. Er wird nämlich Leiter des Russlandkomitees. Also das hat überhaupt keinen politischen Einfluss. Genau. Und während all das passiert, also während er in der Sowjetunion ist, muss ja irgendjemand den Aufbau koordinieren und die Bauarbeiten auch so ein bisschen begutachten. Das passiert ja die ganze Zeit. In der Burg Falkenberg. Genau. Und das soll die Herbert Bauer nochmal kurz erklären. Er hat nämlich hier seine Lebensgefährtin oder Lebensabschnittsgefährtin, die Ala von Duberg, die hat hier den Wiederaufbau der Burg organisiert. Und er war nicht da. Er war ja in Moskau. Er ist nur ein, zwei Mal im Jahr anwesend gewesen. Wie war das jetzt nochmal? Ich dachte, der ist nach Deutschland zurückgekommen. Aber dann in Berlin. Ah ja, okay. Weil er jetzt gerade gesagt hat, der war in Russland. Weil es noch währenddessen war, so ein bisschen davor noch. Genau. Ja, genau. Weil es hat ein paar Jahre gedauert, das alles herzurichten. Und dann war er entweder in Moskau und dann war er in Berlin. Also jedenfalls, er war nicht oft da. Er war auf jeden Fall da und es gibt auch Bilder von ihm da. Aber er war halt nicht viel, also er hat nicht viel Zeit da verbracht. Was ich mich jetzt frage, aber wahrscheinlich kommst du noch dazu. Du hast ja eingangs erwähnt, dass er hingerichtet worden ist. Genau. Aber eigentlich klingt das alles ja jetzt so, als hätte der Deutschland ja bislang ordentlich vertreten. Das Deutsche Reich. Ja, da wird es jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz einfach. Aus meinen Recherchen konnte ich rekonstruieren, dass auf jeden Fall, also Schulenburg will auf jeden Fall keinen Krieg mit der Sowjetunion. Der will einen Stellenfrieden im Osten und er würde sich auch bereit erklären, mit Stalin zu verhandeln. Aber mit dieser Art und Weise ist er natürlich gegen den Duktus der nationalsozialistischen Regierung, weil die wollen die Sowjetunion und ich drücke das jetzt mal sehr martialisch aus, die wollen die Sowjetunion platt machen. Ja, und das ist natürlich der Unterschied. Das heißt, der ist ja gegen deutsche Linie und du kannst in der totalitären Diktatur nicht deine eigenen politischen Friedensschlüsse forcieren wollen. Also das ist natürlich schon mal ganz, ganz schwierig. Er hatte Kontakte zu Karl Friedrich Gördeler, das ist auch ein Widerstandskämpfer und der wäre nach den Plänen der Attentäter vom 20. Juli, also eben dieser Attentäter um Graf von Stauffenberg, als der neue Reichskanzler forciert worden. Und Graf von Schulenburg wurde kurzzeitig gehandelt als Außenminister des neuen Deutschen Reichs, des neuen Deutschlands. Nach Adolf Hitler wäre dieses Attentat eben erfolgreich gewesen. Die Frage ist jetzt, wie eng ist jetzt von Schulenburg mit diesem Attentat vom 20. Juli verbunden oder nicht? Also er wird im Zuge einer Mitwisserschaft an diesem Attentat letztlich 1944 festgenommen und dann wird er kurzfristig freigelassen, um dann wieder festgenommen zu werden. Am 10. November 1944 wurde er von den Nationalsozialisten ermordet. Man weiß aber jetzt nicht, oder ich konnte es mir nicht so ein Bild davon machen, wie eng jetzt der Kontakt zwischen Schulenburg und den Verschwörern vom 20. Juli, also dem Kreis um Karl Friedrich Gördeler und Graf von Stauffenberg, wirklich, wirklich war. Es gibt Berichte, dass die regelmäßig Kontakt miteinander haben. Es gibt auch Berichte, dass die sich gegenseitig inspiriert haben. Es gibt aber auch Berichte, weil zum Beispiel von Schulenburg noch bis zum Ende geleugnet hat, dass er damit was zu tun hatte. Und warum er das geleugnet hat, weiß ich nicht. Also ja, jedenfalls, er stirbt dann 1944, weil er gehängt wird in Berlin-Plötzensee. Achso, ich dachte, es wäre nicht eindeutig beweisbar gewesen, dass er das wusste. Oder jetzt doch? Kann auch sein. Das Ding ist es halt, man weiß es halt nicht so. Also ich konnte das aus meinen Recherchen nicht so hundertprozentig rausfinden. Seine Lebensgefährtin, die Alvine von Duberg oder auch Allah von Duberg, das ist übrigens eine gebürtige Russin und die wurde bereits 1941 verhaftet. Und zwar, also angeblich soll sie ein Alkoholproblem gehabt haben, soll gar nicht klargekommen sein mit der ländlichen Bevölkerung in Falkenberg und soll dadurch halt teilweise sehr offen und sehr ehrlich ihre Meinung herausgeschrien haben, halt im Rausch. Das habe ich in einem Video gesehen, was Nachfahren von Schulenburg, die ein bisschen seine Geschichte erklären, beschreiben. Ich werde auch dieses Video in den Shownotes verlinken. Das sieht man nochmal ganz, also es ist ein wissenschaftlicher Vortrag zur Geschichte der Schulenburgs. Da kann man sich dann nochmal ein bisschen, wenn man das interessant findet, nochmal angucken. Genau, und sie wird in der Narvenheilanstalt ermordet, 1944. Also das heißt auch, seine Lebensgefährtin wird dann ermordet. Aber es gibt halt auch ein paar Kontroversen, wo man noch keine Antwort gefunden hat. Und es ist natürlich auch immer so, dass bei der ganzen Geschichte natürlich auch die Menschen Fort in Falkenberg, die auch im Museum mitbeteiligt sind, natürlich immer sehr im Austausch mit Historikern zum Beispiel stehen. Und ein was, was ein bisschen so ein Geschmäckle reingebracht hat, soll die Herbert Bauer nochmal erklären. Hitler hatte ja 1941 200.000 Reichsmark als Geschenk gekriegt, um seine Schulden zu bezahlen. Also jetzt welche Schulden beim Burg? Die Burgbauschulden. Und wieso hat Hitler 200.000 geschenkt? Das wissen wir überhaupt nicht. Du musst überlegen, du hast ja vorhin mich nach diesen 300.000 Euro gefragt, ob das jetzt viel oder wenig Geld ist für die Renovierung dieser Burg, beziehungsweise für den Kauf dieser Burg. Insgesamt hat sich das über die Jahre auf 1,2 Millionen Reichsmark geleppert. Und von diesen 1,2 Millionen Reichsmark hat, da sind wahrscheinlich halt dann auch ganz viele Schulden entstanden. Ich nehme mal an, dass Schulenburg gut verdient hat, aber wahrscheinlich auch nicht so gut, dass er das einfach so aus der Portokasse zahlen kann. Und Hitler hat eben dazu 200.000 Euro einfach dazu geschenkt. Also von 1,2 Millionen 200.000 ist dann, wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt nicht komplett bescheuert bin, ein Sechstel. Ja. Wenn man jetzt Widerständler im Nachhinein irgendwie so ein bisschen bewerten will oder sagen, ja war das jetzt heroisch, war das nicht heroisch, ist er ein Held, ist er kein Held, ist es natürlich, gibt es da keine einfache Antwort drauf. Fakt ist, Schulenburg war Humanist, Schulenburg war gebildet, Schulenburg war international, Schulenburg hat andere Länder, Menschen, Kulturen auf jeden Fall sehr wertgeschätzt. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, er war kein überzeugter, glühender Nationalsozialist, der diese rassische Ideologie verinnerlicht hat. Aber er war halt trotzdem Diplomat. Ich glaube, er war trotzdem sehr ehrgeizig, karriereorientiert und er war ja trotzdem auch Offizier. Und das ist halt für mich, deswegen einfach schwierig, jetzt so ein Bild von ihm zu bekommen, ob man ihn jetzt da als Held des Widerstands hinstellen kann, der für seine Überzeugung gestorben ist oder nicht. Und gleichzeitig denke ich mir halt, er hat ja jetzt auch nicht groß im Widerstand gekämpft oder irgendwie Flugblätter verteilt oder was weiß ich was, sondern er hat halt einfach letzten Endes nicht gestanden, oder? So eine Mitwissenschaft. Widerstand ist ja trotzdem sehr vielfältig. Also ich glaube, die Tatsache, dass er versucht hat, während der Zeit, als der Krieg schon am Laufen war mit der Sowjetunion, die Tatsache, dass er sich da für Frieden einsetzen wollte, sich als Verhandlungspartner angeboten hat, wenn auch unter Widerstandskreisen, ist schon krass, weil das ist ja offiziell Staatsverrat, wenn du dich im Krieg befindest. Du kannst da nicht, also du musst überlegen, du lebst in der nationalen, in der totalitären Diktatur und die sagen, hey, wir kämpfen gegen die Sowjetunion und der sagt, nee, wir brauchen den Frieden. Das ist eine totalitären Diktatur nicht hinnehmbar. Das ist Verrat. Ah, okay, das habe ich so nicht verstanden. Ich habe nur verstanden gehabt, dass er halt vorher sich dafür eingesetzt hat, um den Krieg zu verhindern und auch gegen Krieg war prinzipiell und dann auch dieser Nicht-Angriffspakt und so. Aber dass er dann danach, weil er musste ja dann Moskau verlassen, als er dann diese Kriegserklärung da übermittelt hat. Ja, aber so funktionieren halt internationale Beziehungen. Du kannst jetzt nicht einfach, wenn ein Krieg ausbricht, da jeden Botschafter sofort lönchen. Das funktioniert halt so nicht. Es sind ja trotzdem nur so die Regelwerke am Laufen. Aber Graf Schulenburg war aus meiner Sicht davon überzeugt und das hat er ja auch schon vor dem Krieg gesagt. Er hat gesagt, die Deutschen werden diesen Krieg nie gewinnen können. Und das ist ja schon was, wo er sagt, dass er da von der offiziellen Linie des Nationalsozialismus abgewichen ist. Aber was für mich halt nicht so ganz klar wurde, ist die Tatsache, wie öffentlich hat er das gesagt und mit wem hat er das kommuniziert und wie wurde das rausgefunden? Und ich glaube, das ist noch so was, ich glaube, da gäbe es wirklich noch viel Potenzial, das zu untersuchen. Ich glaube, dass genau das eben ein Problem ist, weil es nicht klar für mich rausgekommen ist. Ja. Und das ist halt auch was, wo ich sage, da müsste man sich einfach viel länger damit beschäftigen. Ja. Genau. Ich habe jedenfalls in den Shownotes eben deshalb nochmal einige Links zum Grafen von der Schulenburg eingefügt, was man so finden kann, damit ihr euch auch nochmal ein eigenes Bild davon machen könnt. Das Museum auf der Burg, was sich ja um Schulenburg hauptsächlich dreht, das kann ich jedenfalls sehr empfehlen. Das ist auch sehr neu und das ist sehr, sehr schön gemacht. Bewegend, weil man geht da wirklich durch und es gibt dann verschiedene lebensgroße Aufnahmen von ihnen in verschiedenen Anzügen. Dann kann man diese diplomatische Karriere gut nachvollziehen. Es gibt so einen Zeitstrahl. Also es ist wirklich, da ist viel, viel Medienstationen, also da ist viel, viel Energie reingeflossen. Und warum gibt es dieses Museum überhaupt? Das liegt darin, dass der Markt Falkenberg unter der Initiative von Herbert Bauer, der uns ja die O-Töne gegeben hat, im Jahr 2009 die Burg für 650.000 Euro von den Erden von den Schulenburgs gekauft hat und nochmal 10 Millionen Euro reingesteckt hat, um das zu restaurieren. Und seitdem ist die Burg, da gibt es Veranstaltungen, da gibt es eben das Museum, da gibt es Tagungsräume und Hotel und so weiter. Und was ich besonders cool finde, wenn du da hoch willst, du kannst entweder mit dem Fußweg hoch oder die haben durch den kompletten Felsen, das ist keine Ahnung, wie hoch dieser Felsen ist, ich würde jetzt mal schätzen 30, 40 Meter, also das ist wirklich ein sehr hoher Felsen, wo diese Burg draufsteht, haben die einen Aufzugschacht reingebohrt. Das heißt, du kannst da mit einem Aufzug von unten rein und kannst dann durch diesen Felsen hoch in die Burg fahren und das ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Also genau, kann ich als Museum so auf jeden Fall empfehlen. Ja, sehr schön. Und eine Frage habe ich noch dazu. Gerne. Schulenburg und Connorsreuther Kreis, da gibt es aber keine Beziehung, oder? Nee, weil die Leute beim Connorsreuther Kreis, die waren ja alle schon tot ermordet oder kaltgestellt, als Schulenburg ja angefangen hat. Da sprechen wir von den frühen 30er Jahren. Also Fritz Gerlich wurde 34 ermordet, Ingbert Nahe bis 35 gestorben und Schulenburg war ja dann letztlich ja erst und ich glaube einfach, dass der Widerstand von Schulenburg und Gerlich, den kannst du nicht vergleichen, weil das ist eine andere Motivation, das ist eine andere Zeit, das ist ein anderer Beweggrund. Genau, das sind einfach zwei unterschiedliche Art und Weisen Widerstand zu leisten oder halt aktiv passiv Widerstand zu leisten, je nachdem, wie man das halt definiert. Okay, ja. Ja, das war meine Folge zum Thema Widerstand und dazu habe ich das Therese-Neumann-Museum in Connorsreuth und das Museum auf der Burg Falkenberg besucht. Sehr schön. Genau. Ja, einiges gelernt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich in den Museen mal war. Also in Connorsreuth war ich noch nicht im Museum, hast du ja auch gesagt, das ist relativ neu und Falkenberg, wie neu ist das? Ich glaube 2021. Ja, nee, dann war ich da auch auf keinen Fall drin, aber die Burg Falkenberg, klar, die sagt mir was und ich glaube, ich war da früher auch mal. Wir haben ja jetzt noch eine Folge in unserem 12er-September-Special übrig. Worum wird es dann in der nächsten Folge gehen? In der nächsten Folge wird es um das Leben an der Grenze gehen. Das ist ja eine Grenzregion und im Laufe der Geschichte der Jahrhunderte, auch der vergangenen Zehnte, hat sich da ja einiges getan. Auch jetzt, du hast ja die Sowjetunion angesprochen. Mit Zusammenbruch der Sowjetunion hat sich einiges geändert und das hatte dann auch enorme Auswirkungen auf die Menschen vor Ort. Und ich habe unter anderem mit jemandem gesprochen, dessen Leben sich wirklich radikal dadurch verändert hat. Ich bin sehr gespannt. Also es bleibt historisch, ist auf jeden Fall super spannend. Das war die dritte Folge des September-Specials von Bitte nicht anfassen, Museum mal anders, gemeinsam mit dem 12er, dem Museumsbund in der Nördlichen Oberpfalz, der Museen im Landkreis Thirschenreuth. Diese Folge wurde auch unterstützt von der Landestelle für nichtstaatliche Museen in Bayern. Ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch unter euren Freunden, Familie, Verwandten, Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen. Wir freuen uns über alle, die uns hören, auch über Feedback. Ihr erreicht uns entweder über Social Media, also Instagram oder per Mail. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. 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 Vielen Dank.